Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute Ark Survival Evolved und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall Lederfarm Läuft Weil wir brauchen auch Fleisch Ach scheiße, ich hätte Axt nehmen sollen Was fehlt mir denn jetzt? Holz Okay Hier haben wir ja, oh, da vorne sollten wir auch mal hinreisen So, hab ich mir erstmal zwei hergestellt Und da vorne haben wir noch ein Vieh Weil wir brauchen einen neuen Wasser Topf Niemlich viel Fleisch brauchen wir So, da haben wir jetzt erstmal ein bisschen Leder herbekommen Ich aber da vorne zum weißen Strahl hin Wenn wir noch Dodos oder sowas sehen Müssen wir die auf jeden Fall Töten Den würde ich töten Hätte mir auch so einen zähmen können, ne? Ah, warte mal eben Ich hab gar nichts an Ein Wunder, dass mir kalt ist Geht uns da noch ein bisschen Macht aber nichts Dieses Leder kriegen wir auch noch zusammen Ich verhungere es Scheiße Ein paar Beeren Fleisch haben wir auch genug Oh, ich hab nur noch drei Leder Hm Dafür hab ich sehr viel Fleisch Vielleicht sollte ich mir nochmal Ausschau halten Nach so einem Spucker Und Ah, ein Dodo Mein Gott Diese Diese Holzdinger könnte ich nix Brauchst gar nicht wegrennen Toll 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 Den lassen wir Den lassen wir, glaube ich, nochmal besser in Ruhe Ja, du kleiner Dodo Gut So, was fehlt mir denn jetzt noch? Topf Machen wir uns den erstmal So Direkt anziehender Ding Läuft, so Müssen wir uns erstmal ein bisschen hocharbeiten Oh Damit hab ich nicht gerechnet Und der ist auch noch Level 100 Ich muss hier weg Der macht Ich mach nur Scheiße hier Nell nach Hause Nell nach Hause Die alte Scheiße Der verfolgt mich Tatsache noch Ich dachte, das wär so ein kleiner Pissvogel Der mit zwei Schlägen weg ist Loll Wer ist das denn? Hedgebreaker Wie spricht man nochmal? Wie spricht man nochmal? Hallo, hallo? Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Ja Ja Wie ist der denn jetzt her hier? Da oben ist, glaube ich, seine Base irgendwo gewesen Stimmt, da waren wir ja Da oben Okay 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 Cool Ja Ja, wir hatten jetzt aber noch ein bisschen Leder gefarmt Und deswegen stellen wir uns jetzt noch Für einen Wasserschlauch her Neu Kristall, wo können wir den Kristall her? Weil nämlich so ein Fernglas darauf hätte ich schon Bock Ah, Kristall Don't Kristall Läuft Cool you Achso, ich dachte schon, ich hätte irgendwas falsch gedrückt gerade Ähm So Und erst mal ein Fernglas läuft, oder? Hm Hör schon mal gut Jetzt müsste ich Ist voll heiß Ich brate erstmal mein Fleisch, was ich alles so habe Und dann bin ich außerdem noch Level up Den Holz habe ich auch noch Dormene können da erstmal raus Hier das Fleisch da rein Feuer entzünden Bam So Inventar Herstellung Hallo Oh nein Alles klar Drück mal, drück mal, halt mal T gedrückt Und drück mal, äh, alle passiv Ups, Entschuldigung Kann ich aber trotzdem nicht hören Warte mal Sag mal nochmal was Hallo, hallo, hallo Ah, jetzt Äh, was hältst du davon, wenn wir alle mal Entweder in einen Tribe gehen Oder alle mal einen Tribe machen Weil dann können wir uns verbünden Und dann, äh Boah, von mir aus, warum nicht Schönes Tier, was du da hast Liebevoller Name Es folgt mir nicht Komm jetzt hier hin Es folgt mir eine bestimmte Reichweite Du musst, äh, mach mal, drück mal E auf ihn Und dann mach mal, ähm, äh, Follow Distance of Flow Achso Ähm Das ist ja cool Da wusste ich gar nicht, dass es geht Hast du, hast du das bei dir zu Hause auch, dass du deinen Komposthaufen im Haus hast? Ich konnte den draußen nicht hin platzieren Und ich wusste nicht, was für ein Haulunke da oben wohnt Deswegen habe ich gedacht, packst du alles im Haus Aber ich glaube, du wohnst da oben, kann das? Äh, ja, ich habe mich da oben hingesetzt, ja Ich wollte mich nicht so ganz nah ran machen, falls Weil ich meine, bis zum Ende hin wird das schon mal ziemlich groß, was man baut Und, äh, deswegen habe ich mich da oben hingepflanzt Ja, ich wollte mich hier einzäunen, aber Hitcher, der hat so nah gebaut, ich kann nicht weiter bauen, weil er steht Richtig, deswegen, richtig, genau, deswegen meinte ich, entweder wir machen eine Faction gemeinsam Oder jeder macht halt, äh, eine eigene Und dann kann man, glaube ich, über Bündnis das auch regeln Aber ich denke mal, wenn wir alle eine Faction machen, ist es immer besser, weil dann sieht man auch, wenn du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel mal nicht online bist und deine Tierchen werden angegriffen, dann sehe ich das, weil ich in deiner Fraktion bin Und dann kann ich helfen Ja, ich werde gleich mal den Hitcher anschreiben und mal fragen, ob er da mitmacht Wollte Dinos zähmen, aber bin dabei immer gestorben, äh Alter, hast du das bei mir gesehen, hast du das gesehen, wo ich gestorben bin die ganze Zeit? Nee, ne? Ich bin, also das kannst du kein erzählen, ne? Pass auf Ich bin, ich hatte einen Veteranodon und bin zu den Bergen geflogen, um Eisenerz zu holen Bin zurückgeflogen, kurz gelandet, weil ich meine Energie alle war und dann fliegt der Pflugsaurier nicht mehr Lander also und eine Schnecke, eine Schnecke greift mich an Und gleichzeitig war da so ein riesen, ich weiß gar nicht, wie das Ding hier hieß, auf jeden Fall war das Ding riesig groß Wo du mitangriffen, mach einmal mit seinem Schwanz wedelt er rum und tötet mich und meinen Pflugsaurier Ich war, ich hatte so viele Sachen drinnen, ich bin, das war hinter dem Sumpf Der Sumpf ist die Hölle Okay Und die absolute Hölle, da drinnen tötet dich alles, wenn es dich nur ankommt Soll ich dir mal Tools aus Eisen machen? Äh, nee Nee Nee, besser nicht Ich meine, hast du schon mal Klamotten an? Ja Ich mach dir eine Let's Play Reihe, deswegen und ich will nicht Naja, hab ich schon gesehen Nö, nö, ich hab Eier nur ein Angebot, bitte sein Kipp So, haben wir das auch schon mal Weiß ich, dass ich mit verrottetem Fleisch Kann ich dir gleich mal einen Tipp geben, den du am besten immer machen solltest Welche, welche Gegenstände findest du zum Bauen? Die ganz normalen, die du gelevelt hast? Äh, ja genau Gib mal, geh mal auf Ngramms Da wo du die ganzen aussuchen kannst Und dann gib mal unten in der Suchleiste S plus ein Und dann gib mal unten in der Suchleiste S plus ein Ohne Leerzeichen Warte, wie komm ich zu Ngramms? Äh, du drückst I und dann oben Ah, ja, ich hab's Genau, und dann drückst du auf Ngramms Und dann wählst du unten in der Suchleiste S plus aus Und dann drückst du Enter Und dann kommen halt neue Sachen, die alle S plus vor dem Namen haben Und die sind alle kotzenlos Weil du quasi die Also wenn du zum Beispiel eine Holzfoundation hast Dann kannst du die S plus Holzfoundation bauen Und ich empfehle dir, baue alle deine Gebäude aus diesen S plus Gegenständen Weil die sind Weil die sind A, sind die Ich weiß nicht, wie das sagen Ich wollte gerade fragen, warum? Ähm, also grundsätzlich erstens zum Beispiel Kannst du die wieder aufsammeln Die hier, die du gebaut hast, kannst du nur wieder kaputt machen Wenn du wieder aufsammelst Das ist schon mal ein Vorteil Du kannst quasi dein Haus komplett abbauen und kannst irgendwo anders wieder aufbauen Wenn du Bock hättest Oder wenn du dich verbaut hast Dann kannst du die besser in Wänden reinbauen, sag ich mal Also dieses Collide Dieses grüne, wenn du das baust, ist ja so grün leuchtend Und das kannst du besser quasi auch in Gegenstände reinbauen Wenn du zum Beispiel halt eng an der Wand oder was bauen willst Und der größte Vorteil Und das ist wirklich das, was das Übel OP macht Es gibt auch die Workbench und die Kisten quasi aus diesem Addon Und wenn du dort auf den Kisten bist, kannst du Gibt es ein extra Menü-Button, da steht Pull Resources Und da kannst du aus allen Containern In der näheren Umgebung Ressourcen direkt ziehen Und musst nicht immer von Kiste zu Kiste rein Das ist richtig awesome Das ist wirklich geil, ja Das empfehle ich dir auf jeden Fall Es gibt auch, du musst mal gucken Es gibt einige Eltern drauf, die manche Sachen auch automatisieren Das habe ich zum Beispiel oben gemacht Stimmt, das ist gut, ja, hast recht Bisher fühle ich mich wie jemand von Die Zeugen Reorobas Klopft an der Tür und will Den Leuten meine Produkte näher bringen So, aber gut, meine lieben Freunde Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder Und bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal Haut rein!